Ja, einen wunderschönen guten Tag, Sam Spice ist mal wieder da. Heute mal eben auf die Schnelle. Nur drei Bierchen. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Dazu gibt es ein bisschen was Mucke. Mal wieder am Start. Man with no name. Der gute alte Techno-Aspirant mit dem wunderschönen Lied Teleport. Und danach haben wir noch ein neues Lied gefunden und zwar Super Stroke mit Humanoid. Und ja, das kenne ich noch gar nicht. So habe ich noch nie gehört. Und da werden wir einfach mal ein bisschen was reingucken, was da abgeht. Meine Uhr ist auf jeden Fall hier am Start. Nur zur Sicherheit. Drei Bierchen und ein paar Apfelringe. Der eine oder andere kennt sie garantiert. Aber auch nur, um ein bisschen den Geschmack gleich zu ändern. Ja, ich lege einfach direkt los und gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ja, ich lege einfach direkt los und gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ja, ich lege einfach direkt los und gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ja, ich lege einfach hier. Ja, ich lege einfach direkt los und gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ja, ich lege einfach direkt los und gucken wir mal, wie lange wir brauchen, wie lange wir brauchen. Wie lange ja, im horrible, wie lange wir brauchen. Und dann kommen wir wenigst yearnellen. Da散 wife� Wörter. Wo soll ich schon ganz ehrlich sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, zwölf Minuten geht's mal auch noch. Aber war ja schon fast 13. Also war schon wieder ganz knapp. Ganz knappe Geschichte. Obwohl, äh, am Anfang waren wir eigentlich ganz gut dabei, so ne? Am Anfang waren wir gut dabei. Aber nach dem zweiten Bier, so zweieinhalb, so ist der Magen zu voll, so. Und hier, äh, die Apfelringe sind zwar cool, aber der letzte mit dem Bier zusammen, ähm, hat geschmeckt wie Spülmittel, ey. Echt krass. Bah, ekelhaft. Ja, ähm, das ist noch ATB, aber das kennen wir ja. Da muss man ein bisschen was dazwischen quatschen, nicht, äh, dass das Video geblockt wird. Man weiß es ja nicht. Äh, naja, egal. Ich bin erstmal wieder raus. Das Bierchen ging ja trotzdem eigentlich relativ schnell runter jetzt. Ähm, war ja auch nix großartig dabei, äh, zu snacken. Aber, es ging. Es ging. Jetzt haben wir noch eine Minute rein und dann bin ich weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020